hallo und willkommen zu einer weiteren folge von action mit dem man sofort neben mir und mit mir immer gleich ja und wie es wäre also die leute kennen mich inzwischen schon doch aus den ganzen videos leute ihr wisst wer wer ist jeder so dass der red panda da und der schwarze red panda das bin ich das ist eine gestreifte katze so was du bist ein waschbär ok also so und jetzt haben wir hier ja das was was machen wir zeigen euch hier heute eine heikel solo runde von herren sofort schauen wir mal erste kill ist ist schon am start her sofort sofort ich finde das überhaupt nicht witzig also das gucken sie mich hier so an ich gucke jetzt auf das game wieder da ist der zweite kill am start so schauen wir mal wie es hier weitergeht da wird noch ein munitionskistchen genutet sehe ich das gerade richtig du lässt tatsächlich jetzt ohne scheiß du lässt jetzt die double für eine weiße schrocken für eine weiße schotter weise schotter also meine dafür hast ja noch andere das richtiger man dann ja du hättest ja theoretisch nach der berlin wechseln können ob die schuld zwei schüsse mit der ja du hattest doch noch so jetzt kommt kill nummer drei und ein erd kill wir haben jetzt nur quasi hat er das das gameplay aufgenommen und wir haben uns jetzt in der kamera hier rein weil es sonst dann doch ein bisschen zu select das wollen wir ja nicht wir wollen ja ein geiles gameplay rausholen und danach können wir es ja noch kommentieren so weiter geht es so ist es erst mal noch keiner zu sehen noch nicht 21 ich habe ihn jetzt nicht gesehen bei 17 ich bin kein waschbär ich bin ein schwarzer red panda wie geht es ihm sehr gut her sofort sehr gut vor allem wenn ich so ein neues gameplay sehen wer hat sich dahin eingebrockst das hätte ich sein können so jetzt ist er auch auf diese zwei schon mal juhu also da bin ich inzwischen ein bisschen schneller rufen ja und das hätte ich tatsächlich sein können also eine rampe hochbauern dann ist ja das gibt es ab und zu mal da haben sich auch schon andere streamer darüber aufgeregt die dann auch gesagt haben auch wenn wenn irgendwas gebaut wird ja böden oder so wenn ich nach unten gucke will ich den boden nicht oben bauen so und das kommt auch oft genug gespielt noch vor so jetzt geht es weiter fünf kills haben wir jetzt schon am start aber das ist ja jetzt hast du sieben wenigstens ja jetzt hast du sieben minis waschbär ich bin kein waschbär ich bin in red panda so sie gestreifte katze gestreift der karte ich guck da hier vorne beim gameplay sofort ich will jetzt nicht bei ihnen wie sie mich auffressen ich will jetzt nicht so und damit ein schüsschen ein schüsschen feuer und beide geht es da steht einer hahaha da steht einer was macht der denn alter was ein bot ja was ein bot unfassbar da kommt es wahrscheinlich sein teammate ich habe gleich staunen was für team ich habe solo gespielt ach so ja ist ja gut ja das ist ja du hattest jetzt wirklich vorgehabt mit denen da unten mit der kanal zu predikten dass er hat ab das gesehen hat zwei granaten oben geworfen und eine dann unten auf dem boden ich erzähle ich habe sogar ganz geschossen weil er hat direkt weggegangen aber normalerweise das war ein fehler oder er konnte nicht mehr das machen manche leute einfach so stimmt da kam ein auto ich habe das spiel der behörer ab jetzt bin ich richtig genervt gewesen oder jetzt kommt die granate eine granate und die vorher alles runter und ich habe ich versuche so und das ist so übel das ist so übel was der typ kommt an angefahren ja hindert dich daran das hat zu trinken das ist das acht ist in die ganzen waffen ist dafür okay hindert dich daran dein tag zu trinken und du ein einschuss und erst tot nein weil ich nehme ich jetzt weil ich nicht so oft ich drauf gepusht hätte ich hätte aus der distanz ich bin kein waschbär ich bin ein schwarzer red panda so jetzt müssen wir mal gucken was hier so wie es so weiter geht jetzt aber inzwischen neun kills jetzt bei neuen kills leute und da ist er dann auch schon wieder tot aber das war den kill hast nicht bekommen so eine andere war das nicht das mit der trap ich guck da jetzt nicht weil ich hier vorne gucken will also dass du da rauskommst ohne schaden zu kassieren das bin ich so krass der war schon krass der kill war schon krass doch ich fand den schon ziemlich stark muss ich sagen der war nicht gleich so und da wird geschossen bin ein schwarz so jetzt 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 gucken wir mal jetzt krabbelten sich dann gleich wieder aus dem bildhaus wenn es so rum also trap gesetzt also diese edit kill sind schon ich finde das also ich krieg das nicht nicht hin ich bin da irgendwie ich weiß auch nicht waschbär sie sind einfach zu schwach mein hirn ist zu alt dafür sie sind zu schwachen war späler das hirn ist zu alt das wäre ich bin kein waschbär ich bin ein schwarzer bestreifter kater so ja jetzt gucken wir mal was macht er denn da hinten überhaupt versteckt sich hinter dem auto er versteckt macht er sonst er macht gar nichts er schießt nicht auf dich er macht überhaupt nicht hat irgendeinen schuss abgefeuert sollten eigentlich treten aber nieder machen und viel krankeren kinder und dann einfach mal der punkt der punkt jetzt da hinten einer hier mit grenades das könnte ich zum beispiel schon wieder sein und ja das könnte wirklich du sein weil hat ihm sehr viel gebracht auf mich zu pushen ich liebe das er hat er nicht gepusht er hat ja mit grenades ja das ist ja das was ich mache ja und das hast ich ja ja ich weiß an der nahkampf und ich werde dich zermalmen von der seite noch kriege ich die riese so aber ich habe nicht gesehen leute habt ihr ihn gesehen ich habe ich nicht gesehen ich habe ihn wirklich nicht gesehen alter da ist der streamer dann auch schon tot also an die streamer wenn du siehst du wurde es komplett fertig gemacht schon größer und ich kann es mir auch grüßen das war ja der hat und von da oben kommt der sniper schuss da oben ist er okay ich habe mir das getroffen wäre auch auch so vorbei gewesen sieht irgendwie aus wie als gewissen so ein lauf faules pferd ja so wie du da gerade so ein 2 1 2 1 2 1 2 1 2 übrigens hier eine gute taktik wenn man den gröppel hat um auf den berg zu kommen erst mal sich an den berg krabbeln und dann die bühnen setzen darf man natürlich und jetzt leute achtung da kommt natürlich der abstauber leute werden darf natürlich fehlen ist es abstauber hast du jetzt miss ist gesagt ja miss ist abstauber jetzt muss natürlich jetzt darf natürlich man muss daher sofort rauskommen er muss natürlich wieder sein sniper lohn was macht er springt durch oder sehtun no scope kill mein gott war schwer ich bin kein waschwer ich bin ein schwarzer red panda so ein schwarzer red panda sie sehen auch so aus genau aber sie sehen auch aus wie waschwerden das ist kein waschwerden so jetzt gucken wir mal erst 15 kills erst 15 kills ich kann liegen es kommen noch welche mit hinzu so also gleich links sind ja noch fünf leute auf der map außerdem herrn sofort er wollte unbedingt eine 20 kills und wollte ich auch haben weil sie sind zwei jahre keine 20 kills 20 kills wollte er haben ja wäre jetzt noch möglich gewesen das wäre noch möglich gewesen bis ich bin kein waschwerden ich bin ein schwarzer red panda herr sofort ich gucke zu ihnen ja interessiert mich nicht so hallo also jetzt gucken wir mal jetzt wird es wegen den zwei leben die ein leben ist es sogar nur noch mal schnell wie das läuft hier reingedrückt und das werk bringt auch euch was sein wenn jetzt in kampf kommt dann kriegt er noch mal leben regeneriert im kampf hält das jetzt noch an oder das hält so lange als die halt die ganze lang nach was ja auch im grunde warum wie lange wie viele sekunden hätten das an 30 30 sekunden ok und damit geschossen auf ihn ja da war ich schon wieder mega happy das auf mich geschossen wurde ja ich beobachte gerade was du machst du noch sind die 20 kids möglich möglich so aber jetzt ist er erst mal eingepoxt und editiert 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 ja musste ich den oben auf dem berg soll ich habe da oben auf dem berg extrem wenig erfährst deswegen musste ich leider ein bisschen zeit schenden edit ja bist du ein edit hier war schwer herr sofort sind sie ein edit hier so also jetzt gucken wir mal sind noch fünf noch fünf stück oh mein gott so noch sind die 20 möglich so das sieht jetzt ein bisschen aus nach skirmish also im skirmish da sind die meistens auch irgendwo eingeboxt ja und dann kämpfen zum schluss keine ahnung zehn leute in der einen zum schluss war es sind noch 43 leute auf dieser zone der typ ist mir eben mega genervt leute also auch an dich wenn du es sehen solltest du bist du wirst du wahrscheinlich selbst stolz drauf aber jetzt wird erstmals kommt jemand der versuchte ich von hinten zu killen abstauben ja da wollte dich überraschen auch übrigens ein guter trick müsste man darauf achten ihr seht der andere hat hier mit holz gebaut ja und daher sofort hat jetzt mit stein gebaut dadurch kann man sehr gut auf anhieb erkennen welche wand von wem ist ja das ist auch mal nur so ein kleiner trick ein kleiner tipp es ist mir egal von wem der ist war schwer ich weiß gar nicht mehr von wem der ist aber ich nein da war nicht von den haben ich habe ich habe gehört also ich habe es eigentlich nie so oder war der doch kann sogar sein dass die erzählen stimmt das kann sogar sein ja das ist jetzt war der berg ich meine solche mega glücklich sondern drei leute gelegt da war ein bisschen unglücklich so ich kann nur noch man es den kills machen höchstens überhaupt schaffe oder ob ich überhaupt im mund schaffe das ist natürlich eine andere war ja ja so alter 110 erhit der schuss war echt on point er hat noch mal getroffen aber wenig schaden gemacht alter das ist schon echt übel noch zwei stück leben der anderen macht gar nichts mehr versteckt ja jetzt kommt er raus jetzt kommt er raus jetzt wurde eine tote so und jetzt komme ich mal raus jetzt greife ich noch mit an ich bin ein schwarzer also wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da 19 kills leute 19 kills sensationell also ich finde das mega stark wenn jetzt wieder welche kommen so ich habe schon über 20 kills gesehen das gab es mit sicherheit oder gibt es auch aber es ist sehr schwer das jetzt aktuell mein solos war 21 kills in season 2 so also auf jeden fall eine mega starke leistung finde ich und ja wenn es euch fallen dass man daumen nach oben da schaut was in die kommentare abonniert den kanal falls es noch nicht getan haben solltet leute die blog übrigens da gibt es eine neue funktion es gibt eine neue funktion erklären sie die mal her sofort die neue funktion ach so support creator funktion daher kann man sich bewerten ich habe ich auch beworben und zwar könnt ihr zum beispiel falls wir angenommen werden werde ich euch da noch mal extra zu machen und zwar könnt ihr damit euren lieblings youtuber unterstützen indem wir dem indem wir den bei diesem knopf eintrag das zeige ich euch dann alles noch mal wenn wir angenommen werden sollten und da können wir den namen zur forderung also da ist in meinem fall so wie unterschrieben wird youtube eingeben und dann kriege ich einen teil von wie bugs die ihr kauft euch ein mode kauft dann kriege ich einen teil der wie bugs aber kostet euch nicht mehr ich wollte gerade sagen ihr verliert dadurch ja dann hoffen wir mal dass epic games die ihr das ermöglicht ja ich hoffe cool ja also wenn ich das mir gefallen würde mich selber ein leckern aber mutter freuen waschbär ich würde sagen gestreifter kater ich würde sagen wenn jetzt hier wenn es dir auch gefallen hat was mir hat es gefallen was mir hat es ich bin kein was bei mir mir hat es gefallen ich fand es mega geil schöne kills gute runde also bis dann und ciao